Wir sind das erste Mal mit dem Hundeanhänger gefahren. Die Lüftung geht noch. Hier sind die Buben, Galino, Hiro und Filou. Und hier hinten haben wir die Nelly, die Bonny und die Alice, die Jodie und die Cherie. Wir sind auch gar nicht weit gefahren. Fürs erste war, wollen wir gleich mal einen schönen Spaziergang machen. Hier sieht es schön aus.